Im heutigen Video möchte ich euch eine schnelle Anleitung für ein Nackentape geben. Wann brauchen wir das? Immer wieder bei Nackenproblemen oder Nackenschmerzen ganz häufig hervorgerufen durch stundenlanges Arbeiten am Bildschirm. Für die Tapeanlage messen wir ein Stück Kinesiotape ab, vom Unterrand, vom siebten Halswirbel, vom Vertebra-Prominenz bis zum Haaransatz. C7 muss frei bleiben. Das Kinesiotape wird nun unten abgerundet und dann, damit wir es auf beide Seiten des Nackens aufkleben können, wird das Tape einmal in der Mitte gespalten. Unten lassen wir ca. 2-3 cm noch ganz. Jetzt einmal in der Hälfte falten und oben auch nochmal die Ecken abrunden. Das dient dazu, dass das Tape sich nicht gleich wieder ablöst und länger klebt. Ein korrekt angelegtes Kinesiotape ist wasserfest und hält natürlich beim Duschen und kann bis zu 14 Tage an Ort und Stelle belassen werden. Wenn wir es lösen wollen, können wir das schlicht und ergreifend mit etwas Öl machen. Für die korrekte Anlage des Tapes das Kinn zur Brust geben lassen. Dann ziehen wir beim Anker das Papier runter und setzen den Anker unterhalb vom siebten Halswirbel auf. Aufpassen, der Dornfahrtsatz vom siebten Halswirbel muss frei bleiben. Nun ziehen wir von einer Bahn auch hier wieder das Papier runter und ziehen von unten nach oben auslaufend das Tape bis zum Haaransatz. Wichtig ist, dass wir hierbei das Tape nicht dehnen, sondern einfach nur locker nach oben zu ausstreifen. Bitte aufpassen, das Tape natürlich nicht in die Haare hineinkleben, das zieht und kann sehr unangenehm sein. Links und rechts sollten jetzt die Tapes zu sehen sein. Wichtig ist es, dass die Dornfahrtsätze frei bleiben. So kann das Tape den Nacken gut unterstützen. Wie gesagt, siebter Halswirbel, C7, unterhalb wird das Tape angesetzt und nach oben verlaufend hin ausgestrichen. Das Tape wird dann nochmal mit den Händen gut angerieben, damit sich der Kleber gut mit der Haut verbindet. Sollte es zu Juckreiz kommen, natürlich das Tape wieder entfernen. Aufpassen, nicht immer ist das eine allergische Reaktion, sondern sehr häufig ein Wassermangel, das zum Jucken des Tapes führt, beziehungsweise zu kleinen Pusteln. Das Tape ist dann korrekt angesetzt, wenn der Nacken wieder gerade gestellt wird und das Tape leichte Falten aufwirft. Diese Tapeanlage kann auch hilfreich sein nach einem Schleudertrauma, aber da bitte erst nach ca. 10 bis 14 Tagen anlegen.